hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren folge dead by daylight mit mario und meiner willigkeit mir fällt gerade auf immer wenn ich hier winke während du hier deine berühstung machst ich winke voll komisch manchmal ist meine hand offen wenn ich so winke also voll gespreiz die fingern und wir sind ein paar vier zusammen drüber wieder rein von euch fertig ich glaube dass sich auch nicht fährt auf ich habe auch nicht festgestellt wird nur einer hat festgestellt ich habe das gefühl die runde die könnte ein bisschen kurz werden wie wie was das gemacht ja falls die anderen mit aufgabe so sind dann könnte die runde was kurz werden aber das sind wir beide wahrscheinlich und gleich noch ein das überwiesen was auch nicht fertig gerückt oder doch hab ich was ich war komplett fertig und der andere war auch da der deutsche mit dem ich geredet habe da war ein deutscher ich habe gerade mit dem geschrieben habe ich gar nicht mitbekommen der hat gefragt hier ich hoffe tolles teamplay ich sage natürlich super und er hat gefragt deutsch und ich sage ja natürlich natürlich deutsch war der herz das ist nicht mehr nespreu oder es sondern deutsch oder es genau das war's halt ja es gibt es doch nicht die gestörten abteilung meint zu hause und diese da ich habe die superlampe und es ist eine klatsche nörpers mit zum haken machen ja ich glaube ich habe es gehört das war sehr laut mit der kraft und erlaubt ist sie sinkt ja im heikert was noch Prozent um mit dem zusammengekriegen sie endet und dann würde sie sich mein heart will go on singt sorry ok sie kommt gleich könnte aber gut hin hauen das hat sie nicht gehört was ist das mit dir? man kann sich wenn man wirklich gut trifft bis zu dreimal fort das war aber mehr als dreimal hab ich das Gefühl ich stand da dreimal vor mir ich stand vor mir dann wieder nicht dann vor mir wieder nicht ich nur so what the fuck weib was ist mit dir los sie ist auf jeden Fall immer noch mir hinterher und Generator ist fertig das war ganz bloß nicht so bum 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 irgendwie fünfmal hintereinander kaputt gemacht hat sie nicht mitbekommen ich kann jetzt mal zu laut ich hab' ich hab' mit dem ich hab' mit dem kasten noch einschaffen ok ich bin super im Kurs an einer Stelle lang gemacht Mist Mist Wiggle hier ist recht einer hier ist recht einer sag ob sie kämpft oder nicht sieht nicht danach aus sie ist immer noch in der Nähe sie ist immer noch in der Nähe jetzt nicht mehr ich komm mal langsam zu dir oder sie hat diesen Perk drin keine Ahnung ich sehe sie nicht und ich höre sie nicht ich folge sie danach wegen heilen ne ja ja nicht hier boah geh weg oh shit die bitch ist aber gut wow krieg mal weg Mario ja bin dabei ah sie hat mich schon wieder schade Vorsicht wenn du da drinne bist dann kommt sie grad in die eine Richtung ich bin außerhalb des Hauses jetzt bringt sie mich rein sie bringt mich nach unten also noch hast du die Möglichkeit oben abzuhauen ja hau ich und sie geht wieder hoch aber keine Ahnung was danach passiert sie ist immer noch bei mir scheiße ich höre sie ja keiner kommt okay dann kann ich auch gleich aufgeben das ist weg ja fuck ich hätte ihn gerne ich hätte den Harten weitermachen sollen Alter wo er wusste wahrscheinlich hat sie bestimmt sowas mit den Verbündeten ich höre jetzt auf Alter was für Verbündete äh nicht Verbündete verbundete verbundete ach so ich kann ja mal nachgucken was er hat einen kleinen Moment ich kann ja mal nachgucken was er hat und sie hat den eisernen Griff und äh sonst nur halt nichts ok dann war es im W Herr Hex wird von Hex nur eine Chance dass sie zum schrocklos geschickt wird Alter wir haben einen Rang 6 Prozent Prozent Rang Sechser es ist Judo der kann richtig schnell spinnen er hat Vorwarnungen der Adrenalin und um der Kunde kommt keiner von den zu mir das ist verwandt und keiner von denen kommt über gucken also eine war eine Werte verfolgt die Hände ins Haus wohl wahrscheinlich gar nicht und ja der andere der rennt zu dir das ist glaube ich der mit dem Sprint Boost ja, also danke hey, das ist ein das spielt auf Englisch das was du nämlich auf Deutsch hast das spielt bei dir jetzt auf Englisch und bei dir steht das auf Deutsch, geil äh, ich glaube das ist ein Camper Zeichen, ne? ja, direkt vor ihr könnte sie praktisch mit ihren Händen erschlagen weil der direkt so nah vor ihm steht Bitslap ja, einer war treibend nach der nächsten und jetzt tritt ihr noch mal ins Gesicht aber es gibt es immer noch, dass man irgendwie so diesen Fehler hat, dass man nicht mehr drücken kann, ne? dass man irgendwie also ein Ausgang ist offen ok, ich renne zu dir hin ich weiß nur nicht welcher ich glaube ich weiß welcher alter, die hat sich viermal gepottet? ja alter ja, das ist der richtige Ausgang gewesen ja, aber was soll ich denn machen? die trifft doch immer nein, ich hab... nein, die geht ins Haus, Mann, scheiße, nein darfst du nein, ich hab es nicht ich hab es nicht ich hab es nicht mach mal keine Aufnung, mach mal keine Aufnung schnappe, wenn du mir jetzt Hoffnung machst und die dann zerstörst beschaffstest du, schaffstest du lauf lauf egal was du tust, lauf Wow. Brodert sich eh durch. Alter. Alter, lauf, lauf, lauf. Nein. Nein. Geht er durch. Lauf, 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 lauf. Knopf, loop, loop. Ja. Alter. Scheiße. Alter, du hattest so ein Glück. Holy moly. Alter. Enjoy-Camp Sabo. Immer diese Camper. Weißt du, worauf ich dich anspiele? Warte mal, warte mal. Und immer diese... Kennst du dich von den Ärzten? Junge, warum hast du nichts gelernt? Wie viele Leute sind jetzt wirklich entkommen? Zwei, ne? Nein, der hat trotzdem noch gewonnen. Äh, äh, äh... Trotzdem hat er zwei Survivor. Ja, aber trotzdem. Egal. Ähm, wir gehen jetzt mal, ähm... Und immer diese, ähm... Wie ging das gerade? Und immer diese... Warte. Warte. Oh. Oh. Klar. Alter. Okay, okay. Ich glaub wir sollten langsam mal beenden. Also die KD war von uns war besser. Warte, warte, warte. We have... The... 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 We have only 5.000 Punkte. Uh, 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 uh. Höh, wir haben nur 5000 Punkte. Prozent 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 Eichertlotz auf Pussys und Polizier die altes Bestes für die Skitty auch schade jetzt gewartet Nieder ist glaube ich weg aber auch hier hätte jetzt beendet Ok, ja toll, wir wollten es noch weiter, ich wollte schon fragen wie alt der ist, irgendwie zwölf. Ja, wollte ich auch gerade fragen. Ok, dann sehen wir uns in der zweiten Hälfte, bis gleich. Und es geht weiter, es geht weiter. Ich möchte nochmal so voll behindern, obwohl ich fehlt eigentlich nicht wirklich so nochmal entkommen, weil das war, das war knapp. Eigentlich schon zu knapp. Ich hoffe bloß nicht, dass wieder dieser behinderte Killer da ist. Aber ich meine, so knapp vor dem Haken habe ich es noch gerade geschafft, ich dachte, nee, schaue ich nicht. Da hatte ich echt Glück, die ist einmal kurz nach links gelaufen, da hatte ich echt Glück, die ist nicht, also der Killer ist nicht direkt runter. Einigen wir uns auf das vierjährige Kind. Das vierjährige Kind ist halt, oh, ich bin direkt am Haken, kann ich sabotieren, super. Das vierjährige Kind ist halt zum Glück nicht direkt zu dem Haken gelaufen. Oh, es ist der Kind. Ah, nee. Okay, mal, es ist in meiner Nähe. Ah, ich will sie auch. Schön, ich will sie auch. da so ist halt um wer hat den Akten macht aber auch bei der Karte war okay das klappt was ich habe ich werde und plötzlich war der Kindheit wenn sie sich bei der Autorbeitung so wird bei der Palette bei mir ich mach den bevor kann er sich auch mal entscheiden ja mach den dann wird der Generator wahrscheinlich zeitgleich fertig oh Gott der kommt zu uns hast du den Haken gemacht? nein ich versuch sie zu holen macht das der wird wahrscheinlich jetzt eh an mir hängen oh näher an den lieber er kommt zu dir kacke ähm was hat er dich? ja so gut wie also wenn du dich beeilt dann kannst du den noch holen ja ja kacke und direkt hin neben mir ist der nächste Haken alter Leute ich bin hier grad jetzt dann hier hab ich das Gefühl oh ja also wenn du möchtest dreh dich um und äh komm hierhin ja so hat er grad den mal geheilt ich muss dich wieder runter holen das ist ja ein fulltime job hier ja wusste ja ach der ist zum alten Haken also komm schnell komm schnell komm schnell komm ach schnell ach da hinten ist gleich der nächste ach ok warte jetzt zeig ich dich nochmal so ok als erstes Haken ja will den nicht mehr hier haben wollen wir rüber oder ja 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 die Kinder kommt vor sich macht den Haken noch zu ändern dann komm ich nach gut runter holt ne kannst du nicht scheiße wer hat den anderen erwischt komm mädchen warum hast du das gemacht du dumme ok aber jetzt können wir wenigstens den anderen holen nein können wir nicht wieso weil er grad aufgehangen worden ist äh weil er grad aufgehoben worden ist äh hing nicht noch einer ne ich hab die gerade da runter gehangen ach so die hatte nur versucht sich selbst zu umfragen ich halte das war dumm jetzt ist sie nämlich schneller in die Presse Presse-Phase Nein ich hab' nicht gesehen ich hab' ihn nicht gesehen ich hab' gedacht du hast ihn schon gesehen deswegen hab' ich jetzt das mir so gesagt versuch' dir wegzubringen dann hol' dich hin hab' ich lieber dafür entschieden hol sie hol sie hol sie hol die beiden ja das wird ein bisschen problematisch hol die beiden ich bin ja dran aber es ist trotzdem schwer so heilen oder nicht heilen ne ich heile den ersten der anderen hol' den anderen erst auch was er kommt zu dir kommt zu dir kommt zu dir und jetzt hol' den gleiche hängt mich jetzt auf ah ne zu spät zu spät ne macht das nicht ich denke er kommt er soll weg renn nach rechts, renn nach rechts Mario, renn nach rechts ich geh' erstmal durch die Palette durch, dass der da bleibt versuch' dir erstmal ein bisschen wegzulocken holt mich oh super wir sind echt ein super teamwork also der ist erstmal jetzt von dir weg ja die haben mich geholt ich muss das jetzt heilen kacke ich bin voll in die Kettensäge rein scheiße alter was wir alles hier machen wir das ist echt krass vorsichtig komme du solltest weg gehen jetzt geht weg er kommt zu dir wenn du gerade rennst na toll ihr kinder dürft schon schön 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 laufen sollt nicht hinbringen nicht hinbringen vielleicht gerade andere Probleme so knapp holt ihn mal er hat dich gerade geheilt mach mal Generator bitte spielt nicht mit Killern hey das ist ja geil ich hab den Stein gefunden auf den kann man hochklettern ah gut ich hab den sabotiert jay haken sabotage haken sabotage nope weg 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 oh kacke oh kacke bin direkt hinter dem Haken gerieben mach den Haken mal sabotiert den Haken bitte ja bin dabei uah Alter das geht echt nicht klar was nein es hat rumgeleckt hä was ist mit deinem Peng ich ich ah oh oh ich hoffe ich schaff das noch mit dem Haken das wird nichts mehr das wird nichts mehr kacke der Ping ist zu hoch ich verstehe ok wenn du jetzt versuchst den vom Haken wegzubringen dann mach ich den weg jetzt ist es leckt hier grad bei mir ein bisschen rum ne ich weiß nicht ich glaub es hat sich jetzt wieder beruhigt aber ja ich bin dabei bin dabei ich glaub es hat sich wieder beruhigt bei mir der Ping ja der Ping ist wieder ok bei mir ne und Haken ist weg uah mach mal Generatoren bitte ich weiß nicht wie lange ich das aushalte ich weiß nicht wie lange ich das aushalte versuch ihn einfach abzuhängen wenns geht scheiße der Ping geht wieder hoch scheiße und ich werde sterben und ich werde sterben und ich werde sterben wie lange hängst du schon ich werde sterben ich werde sterben unser Sanitäter ist tot nicht wenn wir alle sterben toll aber das war echt grad mies Ping vor allem nicht hing man hat es gemerkt ja ich war schon weg ne und dann plumping ah nein das war der letzte Moment fuck ok einer Generator schon fast fertig ok dann geh am besten zum Tor wenn du den fertig hast der nächste ist fast fertig ihr müsst es schaffen für mich damit mein Opfer nicht umsonst war Mario ich will doch nicht etwa mein Opfer umsonst machen also mein Opfer umsonst dick machen spring 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 ok ich hab die Luke gefunden schön ein Tor wird grad aufgemacht ich weiß nicht welches glaub na kann ich kann es nicht sagen eins der Tore wird aufgemacht ich glaub das nicht aber geh trotzdem mal hin nach rechts nach rechts nach rechts es war genau das es war genau das Tor alter es war das Tor und du bist jetzt direkt am Haken alter das ist scheiße ich bin auch direkt down du hättest es fast geschafft alter und dann schaffen wir beide es nicht aber 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 ich hab das mit dem Haken geschafft aber jetzt ist er wieder weg ne ja sind alle durch ähm ne ich meine der Kinder ist glaub ich gleich rausgegangen aber egal wir haben es geschafft für die Kinder und ich hab jetzt massiv viele Alter es war definitiv die beste Aufnahme die ich bis jetzt mit Dead by Day hatte ok ok ja das muss man mal sagen ich freundlich deine Lebensgeschichte schön nein ich wollte mir was anderes holen eine halbe Kiste und was kriege ich hier noch ein milchiges Glas toll wow hat sich echt gelohnt ok dann ähm es war die zweite Hälfte ne ja es war jetzt war die zweite Hälfte dein Pin geht auch wieder in die Höhe also werden wir jetzt eh beenden dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder bis zum nächsten Mal tschau tschau